Wie bereits erwähnt, kann Confluence für verschiedene Zwecke verwendet werden. Daher möchten wir Ihnen ein paar Tipps geben, je nachdem, wie Sie es verwenden. Viele von Ihnen nutzen Confluence für die technische Dokumentation. Daher möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Tabellen und verankerte Überschriften verwenden. Werfen wir einen weiteren Blick auf Tabellen. Wenn Sie auf eine Tabelle klicken, sehen Sie diese Punkte, über die Sie mit der Maus hovern und ganz einfach Spalten und Zeilen einfügen können. Sie können auch Spalten und Zeilen hervorheben, um sie zu löschen. Sie können ebenfalls Hintergrundfarben ändern und nummerierte Spalten hinzufügen. Sie können Ihre Tabellen sogar von fester auf volle Breite einstellen. Wenn Sie nun jemandem Informationen senden möchten, die für Sie am relevantesten sind, sollten Sie verankerte Überschriften verwenden. Wenn Sie eine Überschrift hinzufügen und Ihre Seite veröffentlichen, können Sie automatisch einen Überschriften-Link kopieren und jemanden senden, damit er direkt zu dem Abschnitt der Seite gelangen kann, der gelesen werden soll. Eine der Möglichkeiten, wie wir Confluence bei Atlassian verwenden, ist zur Zusammenarbeit miteinander. Und natürlich können Sie dieselbe Seite gleichzeitig kollaborativ bearbeiten. Schau mal, Claire, wir sind zusammen hier. Außerdem können Sie Kommentare am unteren Rand der Personenseiten hinzufügen, sobald sie veröffentlicht wurden, und inline, indem Sie den Text auf der Seite hervorheben. Der beste Weg, um Teamgeist zu zeigen und Ihren Teamkollegen einen Dopaminschub zu geben, besteht darin, Ihre Seiten zu liken und zu kommentieren. Und unsere Kommentar-Funktionalität verwendet den gleichen Editor. Für diejenigen unter Euch, die Confluence dazu nutzen möchten, um Ihr Team am Ball zu behalten, gibt es auch dafür ein paar Power-Features. Sie können Seiten, die Sie speichern möchten, zum späteren Lesen mit Sternen markieren. Diese sind ein wenig wie ein Lesezeichen. Sie können mit Sternen versehene Seiten unter Ihrer Arbeit in der Navigation finden. Sie können auch eine Seite beobachten, indem Sie auf das Augensymbol klicken. Auf diese Weise erhalten Sie E-Mails, wenn sich diese Seite ändert, damit Sie über die neuesten Updates immer auf dem Laufenden bleiben. Und wenn Sie Ihr Team wirklich begeistern und mehr über sich selbst teilen wollen, schreiben Sie einen Blog. Sie können dies über die Registerkarte erstellen, in der Navigation tun. Und was an Blogs cool ist, ist, dass Sie auch unter Ihrem Team oder persönlichen Bereich aufgeführt werden.